Hallo, hier ist kurz die Maja. Hallo. Ich war mir eigentlich nicht sicher, ob ich dieses Video überhaupt hochladen soll, aber jetzt dachte ich mir doch, ich mach das jetzt. Und zwar habe ich am 3. Oktober mit der Band Joy in... Moment, Moment... in Freiherrsgarten in Wiesbaden gespielt. Ich hab das jetzt nicht groß angekündigt, ich hab ehrlich gesagt auch nicht wirklich Aufnahmen von uns. Ähm, und deswegen wollte ich dazu eigentlich irgendwie auch gar kein Video hochladen oder veröffentlichen, aber ich habe dort zwei ganz, ganz, ganz tolle Bands gesehen, die mir so gut gefallen haben. Also leider wird dieser Freiherrsgarten jetzt abgerissen, also das war die letzte Veranstaltung dort, was sehr schade ist. Und da waren wirklich nicht so viele Leute vor Ort, was doppelt schade ist, weil die sich so viel Mühe gegeben haben, das alles eben auch aufzubauen, aber das Wetter war dann auch so schlecht. Jedenfalls habe ich da zwei Bands gesehen, die fand ich so toll, dass ich dazu ein paar Aufnahmen gemacht habe, die ich euch jetzt zeigen werde und ich wollte halt ganz offiziell für diese Bands Werbung machen, weil mir das so gut gefallen hat, dass ich dachte, äh... Ja, das möchte ich mit der gesamten Welt teilen. Ups. Ja, die erste Band, die gespielt hat, ich finde dazu leider nicht wirklich was im Internet, ähm, muss ich sagen. Also angekündigt worden sind sie als, ich kann es nicht gut aussprechen, Sass, Sass Ensemble mit Ali Erel, das steht wahrscheinlich auch im Titel, ähm, ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Also guckt euch die Videos an, ich denke, das spricht für sich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und die zweite Band, die dort aufgetreten ist mit uns, nannte sich oder nennt sich Tinkers Coin. Zu denen kann man schon eher ein bisschen was im Internet finden. Und die hat mir auch so gefallen. Ich habe sowas ehrlich gesagt noch nie wirklich gesehen. Also das war sehr... Ich kann das nicht beschreiben, die Musik. Ich fand das einfach so cool. Ich war so beeindruckt bei Tinkers Coin von der Dame, die Querflöte gespielt hat. Ich war aber von allen beeindruckt. Ich war auch so beeindruckt in der ersten Band von dem einen Herren, der diese anderen flötenartigen Instrumente gespielt hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie man die nannte. Also ich war so beeindruckt von den Ganzen. Ich möchte einfach diese Ausschnitte, die ich aufgenommen habe, mit euch allen teilen, weil mir das so gut gefallen hat. Ja. Und mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich möchte einfach nur dieses Stück Kunstmusik mit euch teilen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und wir sehen uns im nächsten Video. 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 Wir sehen uns im nächsten Video.